Amazon Must-Haves, die du wirklich brauchst. Mal eben Rührei aufschlagen oder eine Salatsauce ist manuell schon anstrengend und die große Küchenmaschine lohnt sich nicht immer. Dafür gibt's diese halbautomatischen Schneebesen. Sie sind aus Edelstahl und kommen in einem Dreierset mit verschiedenen Größen. Für Eier, Sahne, Soßen und mehr super schnell und easy. Danach einfach in die Spülmaschine. Das Schneebesenset findest du bei dem Link in meiner Bio oder in meinem Amazon Shop Mrs. Violet. Folge mir für mehr Amazon Must-Haves.